Der Hauslehrer Ilse Eichinger Vater und Mutter waren gegangen. Der Kleine hing über das Stiegengeländer und schaute ihnen nach. Er sah den hellen Hut seiner Mutter und den dunklen seines Vaters. Tief unten und noch tiefer. Zuletzt sah er nichts mehr. Der Flur war grün wie die See. Man konnte denken, Vater und Mutter wären gesunken. Ihre Ermahnungen waren so eindringlich gewesen, als ließen sie ihn nicht nur für eine Stunde allein. Dem Kleinen schwirrte der Kopf. Die Kette vorlegen und niemandem öffnen, nur wenn der Hauslehrer kam. Er war lange krank gewesen. Und da er noch schwach war, blieb er zu Hause und erhielt Unterricht. Sein Hauslehrer war ein Student. Ein stiller junger Mann, der ihn für gewöhnlich langweilte. Der Kleine ging durch die leere Wohnung. Sie war still wie eine Muschel, die man ans Ohr hielt. Er öffnete die Tür zur Vorratskammer. Alle diese gefüllten Körbe und Gläser gehörten jetzt ihm. Die Fracht eines fremden Schiffes. Die weite Welt. Er nahm einen Apfel aus dem Korb. Aber in diesem Augenblick läutete es. Er schlich hinaus. Vor der Tür hielt er den Atem an und zögerte. Dann legte er die Kette vor und öffnete die Tür um einen Spalt. Draußen stand der alte Bettler, den er schon kannte. Ich habe nichts, sagte das Kind verlegen und gab ihm den Apfel, den es in der Hand hielt. Der Bettler nahm ihn ohne zu danken. Auf Wiedersehen, sagte der Kleine. Aber er erhielt keine Antwort. Er schloss die Tür und ging auf den Zehenspitzen in sein Zimmer. Dort setzte er sich an den Tisch und saß ganz still. Er hatte sich darauf gefreut, allein zu sein. Aber jetzt empfand er Furcht. Furcht vor dem Bettler. Und Furcht vor den leeren Räumen. Es erleichterte ihn, als er den Hauslehrer läuten hörte. Er lief hinaus und öffnete. Du solltest durch das Kuckloch schauen, sagte der Hauslehrer. Ich erreiche es nicht, erwiderte das Kind. Es sah an dem jungen Mann hinauf, der sich vor dem Spiegel über das Haar strich und einen Augenblick innehielt, als lauschte er. Sie rückten den Tisch ans Fenster und begannen zu lesen. Es ist Herbst, las der Kleine stockend. Die Vögel fliegen nach dem Süden. Er hob den Kopf und sah hinaus. Wo fliegen Sie? Fragte er. Lies weiter, sagte der Hauslehrer ungeduldig. Und dann, als hätte er sich besser besonnen. Sie sind schon über dem Meer. Der Kleine las weiter. Von Blättern, die fielen, und von Früchten, die in großen Gärten geerntet wurden. Von dem bunten Weinlaub und von der Sonne, die früher unterging. Wo? Fragte er. Wo geht sie unter? Drüben, sagte der Hauslehrer unbestimmt. Sie lasen jetzt vom Himmel und von den weißen Wolken, die der Wind darüber treibt. Wo? Rief der Kleine wieder. Aber er bekam keine Antwort. Er hob den Kopf und sah, dass der Hauslehrer still saß und auf seine Knie schaute. Wo treibt der Wind die Wolken? Rief er dringender. Der Himmel vor dem offenen Fenster war wolkenlos und fast durchscheinend. Es war kurz vor Einbruch der Dämmerung. Hörst du etwas? Fragte der Hauslehrer, ohne den Kopf zu heben. Hören? sagte der Kleine. Nein, ich höre nichts. Still, sagte der Hauslehrer. Wenn du ganz still bist, hörst du sie. Wen? fragte das Kind. Horch, rief der Hauslehrer. Wen soll ich hören? fragte der Kleine noch einmal. Diese Stimme, sagte der junge Mann. Diese Stimme. Der Kleine ließ das blättern. Er senkte den Kopf und legte die Hände hinter die Ohren. Aber er hörte nichts als das leichte Brausen, das von tief unten kam und die ganze Wohnung in eine Muschel verzaubert hatte. Rauschen? sagte das Kind. Nein, antwortete der Hauslehrer. Schreien. Der Kleine begann zu lachen. Er sprang auf und klatschte in die Hände. Ist das ein Spiel? rief er. Lies weiter, sagte der Hauslehrer. Aber kaum hatten sie von den Nebeln und von den langen Schatten zu lesen begonnen, als er aufsprang und die Tür ins Nebenzimmer aufriss, als wollte er jemanden überraschen. Er ging von da durch den Salon in das Schlafzimmer der Eltern, durchquerte das Vorzimmer und kam wieder zurück. Der Kleine sah ihm erstaunt entgegen. Es ist jemand in der Wohnung, sagte der Hauslehrer. Er erkundigte sich, ob vor ihm schon jemand hier gewesen sei. Ja, antwortete das Kind. Ein Bettler. Hast du die Kette vorgelegt? Ja. Der Hauslehrer fiel in Schweigen. Soll ich weiterlesen? Hörchen. Spielen wir? lächelte der Kleine unsicher. Der junge Mann sah ihm nachdenklich ins Gesicht. Ja, sagte er nach einer Weile. Spielen wir? Es wäre jemand in der Wohnung. Und wer? fragte der Kleine freudig. Einer, sagte der Hauslehrer. Den wir fürchten. Der Bettler? Ja. Der Bettler. Wir wollen ihn suchen gehen. Als der Hauslehrer die Hand in die Seine legte, fühlte der Kleine, dass sie kalt und feucht vor Schweiß war. Sie gingen auf den Fußspitzen, öffneten leise die Türen und sahen in alle Ecken. Das Licht draußen ließ nach und in den Zimmern begann es schon zu dunkeln. Nur noch die Rahmen der Bilder glänzten von den Wänden. Im Salon hielt der junge Mann inne, ließ die Hand des Kleinen fallen und legte den Finger an den Mund. Wo ist er, rief der Kleine? Seine Wangen glühten vor Eifer. Hörst du ihn nicht? Flüsterte der Hauslehrer. Wo? Nebenan. Was sagt er? Er droht. Der Kleine stürzte hinaus, riss den Mantel seines Vaters vom Kleiderständer und schrie. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Dann schlüpfte er in den Mantel und schleifte ihn hinter sich her. Der Hauslehrer kam aus dem Salon. Er kam ganz langsam mit kleinen, furchtsamen Schritten auf den Kleinen zu. Wir haben ihn! rief er noch einmal. Wir haben ihn! Ach, sagte der Hauslehrer langsam. Du bist es. Sie standen vor dem großen Spiegel und der Kleine sah, wie das Spiegelbild des Anderen die Faust gegen ihn erhob. In dem fallenden Dunkel sah er die geballte Faust und das blasse, verzerrte Gesicht. Er sprang und lachte laut. So lustig war der Hauslehrer noch nie gewesen. In diesem Augenblick hörte er die Schlüssel im Schloss gehen und erkannte die Gesichter seiner Eltern hinter sich. Und er hörte seine Mutter schreien. Aber noch als der Hauslehrer von drei Männern gebändigt, erschöpft, mit Schaum vor dem Mund in den Rettungswagen geladen wurde, suchte der Kleine ihn in die Arme zu fallen. Aber wir wollten doch nur spielen! Und so oft seine Eltern später sagten, wenn wir damals nicht rechtzeitig gekommen wären, fiel er ihnen zornig ins Wort. Wir wollten doch nur spielen! Und er misstraute den Erwachsenen. Und er wird das. Ich muss mich so auf dem Mund ausfüllen. Entschuldigung! Und es wird das. Und jetzt die Zornig in der Zornig in der Zornig in der Zornig in die Zornig in den Zornig in den Zornig in der Zornig in der Zornig in der Zornig. Untertitelung des ZDF, 2020